Moin, wir sind's wieder die Filmfressen und besprechen heute den zweiten Film des zweiten Tages, der Fantasy Filmfest White Nights 2018 mit dem Namen The Little Hours. Und das ist ein Vertreter, der so ziemlich aus dem Rahmen gefallen ist. Passt überhaupt nicht in den Kontext des Filmfestivals. Das ist in der Tat richtig, das ist aber auch einer der Gründe, warum der mir zum Beispiel ganz gut gefallen hat. Mir auch. Es ist im Prinzip eine Komödie, eine sehr alberne, zotige Komödie, wie man sie so aus den 70er Jahren Zotenfilmen eigentlich kennt. Es geht viel um nackte Haut. Basiert wohl irgendwie auf so einer italienischen Tragödie, ich hab einen Namen vergessen, können wir einblenden, ist auch egal. Es spielt hier, der Cast ist so, oder das Cast, ich weiß nicht, würde mal das Cast gesagt, ich sag mal der Cast. Es besteht aus so einem Best-of aus Community mit Alison Brie in der Hauptrolle, wir haben einen Scrubs-Darsteller, unter anderem Dave Franco, der Bruder von James Franco. Wir haben viele Darsteller aus Parks und Recreation in den Hauptrollen und es geht im Prinzip um ein Kloster. Da kommt dann ein, nämlich Dave Franco, ein, wie soll man sagen, ein windiger Stallbursche zu denen, weil der musste flüchten. Der hat sich nämlich mit der Frau des Königs vergnügt und dann kommt er da ins Kloster und versucht dann halt Abstand von den Nonnen zu halten, aber die sind alle so notgeile Biester und wollen den alle verführen und für alle möglichen Sachen missbrauchen. Und eigentlich ist das halt super albern, ich hab aber ziemlich viel gelacht, um den irgendwie doof zu finden. Also ich finde ihn, ich hätte ihn wahrscheinlich zu jedem anderen Zeitpunkt als alberne, sexualisierte Zotenkomödie abgetan und irgendwie gesagt so, ja ist ganz okay, aber in diesem, im Kontext der Fantasy-Filmfest White Nights war das für mich mal eine willkommene Abwechslung. War eine Auflockung der ansonsten sehr ernsthaften Herangehensweise und ernsthaften Vertreter in Horror, Science-Fiction und Fantasy. Ja, es waren jetzt nicht die ausgeklügelsten Gags, wie gesagt, es ging viel um Sex, es war sehr albern, aber irgendwie witzig, gerade auch, weil das für mich, ich bin ja so ein Kirchenhasser, war das natürlich gerade schön zu sehen, so diese Kontraste zwischen, wir müssen alle hier auf Bieder tun und auf, wer ist denn, Zölibat und so einen Scheiß und eigentlich wollen sie alle nur ficken. Fand ich unterhaltsam, es ist doch schön, darum geht es doch, dass wir uns lieben und dass wir Spaß miteinander haben, darum geht es doch, das Leben. Das habe ich schon noch nicht erfahren können, aber ja. Es ist ein humoristischer, moderner Non-Splotation-Film, eine sehr alberne, aber sehr lustige Sex-Komödie, namhafte Schauspieler in jeder Rolle, Obrey Plaza, ich weiß gar nicht, wie die alle sonst noch heißen, die hat produziert oder sogar Regie geführt, glaube ich. Okay. Das war die, die ganz geile, die dann auch mal hier die anderen Nonnen verführt hat. Also die von Parks and Recreation? Ja. Ah, okay. Ja. Ja, ich finde halt auch immer einen Film, der, wo die Kirche halt sagt so, ja, bloß nicht, was soll das hier, Gotteslästerung und so, da mischt dabei. Genau, und die fluchen auch die ganze Zeit rum, ne, wie gesagt, das ist eigentlich... Fängt damit sogar schon an, ne? Ja, ist so ein Stoner-Film. Don't look at me! Genau, fuck you! Weil die Nonnen tun immer so, als wenn man sie nicht angucken dürfte und machen dann halt die Leute immer total fertig, weil sie immer das Gefühl haben, sie werden sexualisiert. Das ist eigentlich viel mehr so MeToo-Debatte würdig als der You Were Never Really Here. Vielleicht hat sich der Veranstalter da auch vertan. Ja, wahrscheinlich. Der wurde immer als der Nonnen-Film angepriesen. Ich fand das witzig, ich fand das als Auflockerung cool. Ist bestimmt jetzt kein Film, den ich mir alleine an einem Abend, vielleicht mit ein paar Leuten und Bier mal angucken würde, aber den dann auch nicht als Event des Abends, als einzelnen Film feiern würde. Richtig. Das wahrscheinlich nicht. Ja. Aber so war das spaßig. Auf jeden Fall. Super untheilsam. Wir haben uns kaputt gelacht. Teilweise. Ja. Mhm. The Little Hours. Weiter geht's im nächsten Video. S Bis zum nächsten Mal.